Wie kommt man dann so von dem dorthin, dass man sagt, ey, lass uns mal irgendwie einen riesigen Marktplatz aufbauen. Sind wir dann auch auf diese Darknet-Marktplätze gestoßen. Und wir haben am Anfang gedacht, krass, das ist ja schon eine krasse Leistung irgendwie, ne? Dann haben wir gesagt, komm, wir entwickeln auch so was. Aber es ging am Anfang gar nicht um Kohle, es ging drum, wir wollten es besser machen. Aber ...